Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von extra 3 mit Kuttner. Ich habe Ihnen wie immer sieben Filme voll mit realem Irrsinn mitgebracht, einfach weil wir ja nicht schon genug Irrsinn im echten Leben haben. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das L-Wort klopft schon wieder an die Tür. Alle tanzen um den heißen L-Brei herum, keiner schließt es aus, keiner spricht es aus. Und warum nicht? Könnte ich da vielleicht mal eine Antwort kriegen, bitte? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, so bin ich nicht. Ich bin ja bekannt und im Grunde auch verhasst dafür, schwierige Dinge auszusprechen. Einfach, weil ich sonst Stress kriege in mir drin. Aber wenn es jetzt um die gesamte Bevölkerung geht, dann könnte ich ja auch mal versuchen, die Klappe zu halten und ihnen einfach nicht zu sagen, was ich nur als Beispiel von meinem Lieblingskaufhaus Amazon halte. Auch weil ich mich in den letzten Sendungen schon sehr, sehr ausführlich über diesen Verein ausgelassen habe. Also wie schwer kann es denn bitte sein? Klappe halten üben mit Kuttner. Ich sage jetzt einfach mal nichts Negatives. Gar nichts. Nicht einen einzigen werdenden Kommentaren? Nope. Gut, ich meine, können könnte ich. Kann man ja alles googeln. Aber nein? Eine Sache vielleicht? Ich meine, wussten Sie, dass Amazon allein im letzten Jahr... Wenn der Postmann zweimal klingelt und dann noch mal und noch mal und noch mal, dann klingelt er bei Pascal Pieper aus Bremen. Ich bekomme ständig von Amazon Pakete, die ich weder bestellt noch bezahlt habe und es geht mir mittlerweile tierisch auf die Nerven. Aber wieso denn? Pakete kriegen ist doch eine packende Angelegenheit. Ich habe am Tag bis zu zwölf Pakete von drei verschiedenen Paketboten, die morgens bis abends klingeln. Das geht schon seit anderthalb Monaten so und irgendwann ist auch vorbei. Am Anfang fand ich es noch witzig, aber mittlerweile ist es einfach viel zu viel. Tja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und Herr Pieper eben noch ein paar mehr. Geschickt und eingefädelt von chinesischen Händlern aus dem Amazon Marketplace. Und die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen liefert eine mögliche Erklärung dazu. Händler lehren angeblich so kostengünstig ihr gemietetes Lager bei Amazon. Statt Unverkauftes teuer wieder gen China zu verschiffen, schicken sie es einfach wahllos an willkürlich ausgepickte Adressen in Deutschland. Ja, so ein Missgeschickt kann schon mal passieren. Dafür darf Herr Pieper offiziell behalten, was in seinen Paketen drin ist und hat jetzt einen Haufen nützlicher Dinge zu Hause. Das meiste ist wirklich Rotz. Halloween-Deko, ziemlich viel. Ein sexy Kimono. Kinderspielzeug. Krampfader-Creme für meine Krampfadern. Katzen-Halsbänder. Mega-Rave-Handschuhe. Eine Projektionslampe für die Decke. So ein Backsepper, mit dem ich Tiere töten kann. Fünf von diesen Babysocken, in denen man angeblich Babys reinstecken kann. Amazon bietet zwar die Plattform für die Händler, kann aber laut eigener Aussage nur begrenzt in die Geschicke eingreifen. Warum nehmen Sie denn noch Pakete an, Herr Pieper? Ich nehme noch Pakete an, weil mir der Kundendienst bei Amazon Prime gesagt hat, dass nur so Sie nachvollziehen können, wo die Leute herkommen, also welche Händlerprofile das sind. Gebracht hat das, äh, nichts. Tja, blöd. Herr Pieper, Sie sind leider ausgeliefert. Es muss ein Ende haben, auf jeden Fall. Irgendwann, also, es ist voll hier. Ja, ja. Hat eben nicht jeder so ein Sendungsbewusstsein wie Sie. Huch. Sie haben Post. Ist doch geiles Zeug, was er hat. Ich will alles davon haben. Vielen Dank, Patricia Kümpel, für den Film. Und so leid es mir jetzt tatsächlich tut, dass der Typ jetzt auf dem ganzen Krempel rumsitzt, ein Teil von mir ist wirklich neidisch. Ich hätte mich schon ganz gern da mal durch den Kram durchgewühlt. Vielleicht ist da doch was Nützliches dabei. Bei offensichtlichem Müll werde ich natürlich auch ein bisschen unentspannt. Stichwort Matratzen. Ich meine, die eigene Matratze sieht ja ohne Laken schon wirklich eklig aus, obwohl man selber gar nicht eklig ist. Wer glaubt denn unter diesen Umständen, dass tatsächlich irgendjemand Bock auf eine fremde fleckige Matratze hat, die auf der Straße liegt, im Regen, neben Hundepipi, vermutlich von meinen Hunden. Wenn ich so'n Pipi-Matratzenentsorger mal erwische, dann sage ich folgendes. Das Abstellen von Dingen auf öffentlichem Grund ist eine Bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit. Hab ich auswendig gelernt. Ich denke, damit werde ich den in die Knie zwingen. Das darf man nämlich nicht. Sachen irgendwo abladen und dann versperren die einem den Weg. Außer in Kiel. Da hätte man aber vermutlich auch lieber ne gelbgefleckte Matratze auf dem Weg stehen. Daniel Sprenger. Ah, die Kieler Luft. So gut, so frisch, so sauber. Auch hier am Theodor-Heussring, wo die Stickoxid-Belastung durch dreckige Dieselautos jahrelang über dem Grenzwert lag. Das oberste Ziel ist, dass die Menschen hier wieder mit der Luft atmen können, wie es rechtlich vorgeschrieben ist. Das haben wir viele Jahre nicht geschafft. Seit fast einem Jahr schaffen wir das. Aber nicht etwa durch blöde Fahrverbote. Nein. Dank dieser Anfang des Jahres eingerichteten Baustelle sind die Autos und damit die Abgase weit weg von der Messsonde. Sie ist da, die Baustelle. Und ich bin froh, dass jetzt wirklich alle Ampeln auf grün stehen, dass wir ohne Fahrverbote ab sofort die Grenzwerte wieder einhalten können. Der alte schmale Radweg wurde im Zuge der Bauarbeiten durch einen breiteren ersetzt. Pendler können so umweltfreundlich radeln, statt im Stau zu stehen. Und wenn nach Ende der Bauarbeiten wieder drei Spuren befahren werden und es zu viele Abgase gibt, ist das nicht so schlimm. Mit sechs Luftfilteranlagen für 500.000 Euro macht Kiel die dreckige Luft einfach wieder sauber. Natürlich müssen die Anlagen irgendwo stehen. Der Fahrradclub ADFC findet ihre Position nicht so optimal. Wir sind doch sehr verwundert, dass man hier jetzt auf einem frisch angelegten Rad- und Fußweg diese Anlagen aufstellt und damit das Fahren darauf verhindert. Dabei gibt es längst eine Lösung, teilt uns die Stadt Kiel leider nur schriftlich mit. Dort, wo die Luftfilteranlagen stehen, müssen sich zwar vorübergehend Fußgänger und Radfahrer den schmalen Gehweg teilen, aber das soll höchstens drei Jahre so sein. Höchstens drei Jahre für die Gesundheit. Hier hat man auf der einen Seite die Station auf dem Fußweg und kurz danach die Absauganlage auf dem Radweg. Und das verengt den Weg dann doch sehr stark und kann tendenziell zu Gefährdungssituationen führen. Da heißt es aufpassen. Um den Messwert dauerhaft runterzubringen, müssen die Absauganlagen nun mal direkt vor der Messstation stehen. Da kann ich auch eine Plastiktüte drüber machen, dann ist sie noch besser geschützt. Es geht nicht um den Schutz der Messsonde, sondern um die Lungen der Menschen. Im Endeffekt wird hier der Verursacher geschont. Man lässt dem Autoverkehr alle drei Spuren. Und Rad- und Fußverkehr, die gar keine Abgase ausstoßen, die werden hier stark eingeschränkt. Wenn schon. Die Maschinen dienen schließlich einer größeren Sache. Dann wird gemessen. Und dann halten wir den Grenzwert ein oder nicht. Und wenn wir den Grenzwert nicht einhalten, dann muss ich sagen, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Schon gar keine Dieselfahrverbote. Die wären ja völlig einfallslos. Och Mann, Autofahrer haben es auch nicht leicht. Ich meine, zum Glück formieren sich die Geplagtesten unter Ihnen inzwischen. Das ist ganz toll. Es gibt nämlich bereits die Gruppe der anonymen SUVs in Innenstädten. Abkürzung Assis. Ist das nicht fantastisch? Und was die Assis alles ertragen müssen, das geht auf keinen Echtlederbezug. Viele SUV-Fahrerinnen berichten von bösen Blicken, teilweise noch mehr bösen Blicken, bis hin zu richtig bösen Blicken, wenn die ihre Kinder in die Schule fahren. Wofür braucht man denn hier bitte so einen verdammten Panzer? Scheinen die bösen Blicke zu sagen. Aber hey, zwischen Hot-Yoga und der Kita-Kritzelknürpse kann einiges passieren. Ich meine, wer weiß denn schon so genau, ob man da vielleicht nicht doch mal in so einen gefährlichen Erdrutsch gerät? Und da haben wir vom Parken noch gar nicht gesprochen, Freunde. Jeder Deutsche vergeudelt laut einer Studie jährlich im Durchschnitt 41 Stunden mit der Suche nach einem Parkplatz. 41 Stunden. Deswegen sind übrigens auch 64 Prozent aller Autofahrer unzufrieden mit der Parksituation in ihrer Stadt. Und was auch total irre ist, laut dieser Studie kostet einen die Suche im Durchschnitt 900 Euro im Jahr extra. Ein knapper Tausi. Einfach für Benzin, vergeudete Arbeitszeit, Abgas, Mehrbelastung. 900 Euro nur fürs Parkplatz suchen. Also Sie merken vermutlich, worauf ich hinaus will. Parken ist ein ziemlicher Pain in the Ass. Parkhäuser hingegen sind grundsätzlich eigentlich eine ausgezeichnete Sache. Viel zusätzliche Parkfläche auf relativ engen Raum und die Betreiber haben auch noch was davon. Nämlich einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Manchmal scheitert aber eben auch die gute Idee Parkhaus an ihrer Umsetzung. Helge Albrecht zeigt, wie subtil besonders Assis in Worms gemobbt werden. Worms. Hier steht der berühmte Wormser Dom. Und passend dazu gibt es hier endlich, endlich das Parkhaus am Dom. Ein Prachtwerk. Hier will man nicht nur parken, hier will man glatt bleiben. So toll ist das. Ich denke, dass es ein hochmodernes Parkhaus ist, was allen heutigen Anforderungen auch gerecht wird. Ich weiß nicht, wie Sie sich das gedacht haben, aber es funktioniert auf gar keinen Fall. Ich fahre jetzt auch schon ein bisschen länger Auto. Habe ich so noch nicht erlebt. Ich komme natürlich nicht an das Gerät, wo ich mir den Parkzettel ziehen kann. Man muss ganz scharf die Kurs kriegen, sonst wird man da nicht dran. Oder man braucht langer Arm. Ach was, langer Arm. Mal eben rangefahren und nebenbei einfach das Ticket gezogen. Ist auch ganz einfach. Fenster auf und... Ja, gut. Man muss eben nur richtig die Kurve kriegen. Oder vielleicht nochmal zurück und wieder vor. So. Sehen Sie jetzt, der kommt auch nicht ran. Das geht nicht. Von der Seite, das geht nicht. Ist unmöglich. Das ist verkehrsplanerisch. Ist das voll falsch geplant. Ich weiß nicht, was wir für Ingenieure heutzutage auch im Land haben. Gehen Sie mal nach Dubai. In zwei Jahren steht da ein Flughafen da. Na Moment. Wir sind hier immer noch in Worms. Fünf Jahre für ein Parkhaus sind da völlig normal. Und Wormser Ingenieurskunst liegt im Auge des Baudezernenten. Ich sehe aus unserer Sicht jetzt nicht, dass das ein Fehler war, sondern wir haben ja den Radius der Kurve entsprechend von einem Verkehrsplaner auch berechnen lassen. Und der sagt, für eine Zufahrt ist der Radius ausreichend. Na eben. Und mittlerweile haben die Wormser den Bogen doch auch raus. Ich bin auch extra beim Reinfahren schon einmal in den Kreise gefahren und wieder umgedreht, weil dann kommt man besser rein. Wenn ich von hier oben komme und da fahre ich das gerade aus, fahre ich links und hier rechts, hierher und dann komme ich direkt an die Säule und brauche gerade die Hand auszustrecken. Genau. Wenn es von der einen Seite nicht klappt, dann fährt man eben einmal kurz vorbei, die Straße lang, im Kreisel drehen, zurück in der anderen Richtung und zack, kein Problem. Aber im Ernst, Worms will hier schnell die Kurve kriegen und darum soll diese Verkehrsinsel weg. Und dann könnte man früher quasi nach links ausscheren und rechts die Zufahrt dann gewähren. Dann kommt man vielleicht etwas eleganter rein. Und raus geht's dann auch schon viel besser. Naja. Fast. Im nun folgenden Beitrag geht's um das Thema Greenwashing. Greenwashing bedeutet im Grunde, dass Firmen sich so ein grünes Image besorgen, ohne wirklich umweltfreundlich zu sein. Also im Prinzip ist es das Gleiche, wie wenn ich mir Joggingklamotten kaufen würde und die sehr gut sichtbar in mein Auto lege, damit meine Nachbarn mich für wahnsinnig sportlich halten. Und in Wahrheit liege ich aber den ganzen Tag auf dem Sofa und fresse fettiges Zeug. Ist im Grunde einfach nur cleveres Marketing. Für meine Cholesterinwerte natürlich nicht so gut. Ach, Sie wollen ein seriöseres Beispiel für Greenwashing. Bitte schön, Daniel Sprenger erzählt Ihnen vom Greenwashing einer Ölplattform. Ja, Sie haben richtig gehört, eine Ölplattform. Auf Deutschlands einziger Bohrinsel Mittelplate wird seit 1987 Erdöl gefördert, mitten im Naturschutzgebiet Wattenmeer. Für Betreiber Winters Haldea kein Widerspruch, denn das Förderunternehmen engagiert sich stark im Klimaschutz. Hier haben wir gerade die Erdölförderplattform Mittelplate komplett auf erneuerbaren Strom umgestellt. Das heißt, die Förderung geschieht heutzutage mit ab jetzt mit 100% erneuerbarem Strom, den wir aus Schleswig-Holstein beziehen. So geht Zukunft. Im Werbefilm erklärt Winters Haldea, was sich konkret geändert hat. Der für die Förderung benötigte Strom wurde bisher an Land und mit einer Gasturbine auf der Insel erzeugt. Diese wurde durch mitgefördertes Erdölbegleitgas angetrieben. Nun also Ökostrom von Land zur Ölförderung auf See, ein Meilenstein der Energiewende. Wir sparen damit im Jahr 36.000 Tonnen CO2 ein. Wirklich eine Riesenmenge, die wir mit dieser Maßnahme einsparen können. Die eingesparte Menge klingt erstmal sehr viel, aber wenn man das der Fördermenge der Mittelplateplattform gegenüberstellt, dann relativiert sich das sehr schnell. Mal rechnen. 36.000 Tonnen CO2 werden pro Jahr eingespart. Gut, es werden pro Tag etwa 18.900 Barrel Erdöl gefördert. Ein Barrel produziert laut Internationaler Energieagentur 500 Kilogramm CO2, macht 9.450 Tonnen am Tag. Mal 365 Tage ergibt 3.449.250 Tonnen CO2. Das ist ja doch etwas mehr als die Einsparung durch den Ökostrom. Für uns ist das an dieser Stelle maximal unglaubwürdig. Denn ein Stopp der Erdölförderung über die Mittelplate wäre etwa 100 Mal effektiverer Klimaschutz, als jetzt den Landstrom über erneuerbare Energien sicherzustellen. Und was passiert eigentlich mit dem Gas, das auf Mittelplate jetzt nicht mehr zur Stromerzeugung verbrannt wird? Das Gas geht später mit in den Verkauf und wird an Land dann verwendet. Und wozu? Zur Energieerzeugung. Es wird also verbrannt? Ja. Sie brauchen ja für die Energie, brauchen Sie ja. An irgendeiner Stelle werden Sie letztendlich die Energie. Irgendwo brauchen Sie die Energie und am meisten auf Mittelplate, um sich die Klimabilanz schön zu rechnen. Was ich an unserer kleinen Sendung hier ja besonders mag, ist, dass die regelmäßig Probleme aufzeigt, die ich nur allzu gut aus meinem privaten Leben kenne. Ich meine, wir haben ja gerade schon über Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche gesprochen und ein anderes Thema, was mich regelmäßig halb wahnsinnig macht, sind Hubschrauberlandeplätze. Ich meine, ich denke, ich verlange nicht besonders viel, aber seit die Stadt Berlin mir offiziell verboten hat, mit meinem Hubschrauber im Volkspark Friedrichshain zu landen, weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Dabei hatte ich mir extra vor ein paar Jahren noch so einen kleinen, frechen Stadthubschrauber gekauft. Na gut, die meisten von Ihnen kennen das Problem ja sicher, ne? Gerade nach so einem größeren Wochenendeinkauf oder einem Besuch bei Ikea ist es sehr, sehr ärgerlich, wenn man seinen Hubschrauber nicht in der Nähe der eigenen Wohnung landen kann. Und in diesem Bereich, wenn Sie mich fragen, machen die Städte echt viel zu wenig. Wirklich. Deshalb schaue ich relativ neidisch auf die Stadt Köln, denn da bemüht man sich nämlich bereits seit einer ganzen Weile um den Bau einer Rettungshubschrauberstation. Leider verzögert sich die Fertigstellung des Projektes nun schon seit geraumer Zeit. Und wenn ich als Berlinerin für eine Sache absolut kein Verständnis habe, dann für nachlässig geplante Flughafenprojekte. Daniel Sprenger berichtet. So ne üselige Müllbärsch wie der hier in Köln-Kalkwöhn, andere Städte, einfach nur Müll. Ewa in Köln denke de Stadtvertreter nachhaltiger und beschläße 2011 do drub in zentrale Rettungshubschrauberstation zu baue, ohne do drüber lang nord zu denke. Was hier alles vergraben liegt, weiß niemand. Wenn die Stadt Köln den Berg kauft, dann ist sie künftig auch für die Sanierung zuständig. Das könnte sehr teuer werden. Ach, wat koste Welt. No weil man net weiß, wat so all in dem Berg drinne litt, kann man doch 2013 trotzdem schon mal anfange zu baue für läppische 11 Millionen Euro. In Köln sind sie all de Jahr bejeistert von de Idee. Die Hubschrauberstation lehnen wir natürlich ab wie eh und je. Werden sie auch in der Lage für einen Irrsinn wie eh und je. Nach unseren Informationen ist dieser Berg so instabil, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er sich für eine solche Station eignet. Man muss sich das so vorstellen, darunterliegende Kalkmasse ist wie ein wabbernder Pudding. Von wer je Puddinge tät noch immer jod hier, jange? Wo soll der Rettungshubschrauber denn noch Süns hin? Noch mehr Heim zum Unfallkrankehus etwa? Oder gar noch'm Flughafen Köln-Bonn? Dat is doch all nede so praktisch wie ne Ahle-Schwabbelie-Mülldeponie ever et güt wit güt im Sommer 2015. Das Gebäude sinkt ab seit Mai schon um stattliche 12 Zentimeter und es geht weiter bergab. Hier sollte eigentlich eine Tür eingebaut werden, doch die passt längst nicht mehr. So stark hat sich das Gebäude in diesem Teil verzogen. Och, wie güt dat dann? Vor dem Bau der Hubschrauberstation auf dem Kölner Kalkberg ist der Baugrund offenbar nicht ausreichend untersucht worden. Nee, Ewa, hinger her. Ein von der Stadt Köln beauftragter Gutachter hat festgestellt, dass es im Untergrund Kalkablagerungen gibt, die offenbar nicht stabil genug sind, um das Gebäude zu tragen. Ewa, dat hätt die Stadt ja vorher auch nicht ahnen können, dat so ne Müllberg, so ne Bau nicht dräscht. Und man hätt ja zum Lärmschutz noch extra äht ob hier schütt. Jetzt muss die Erde wieder abgetragen werden. Die Kosten für das Projekt steigen damit laut Stadt um weitere 6 bis 7 Millionen Euro. Am Ende könnte die Hubschrauberstation deutlich mehr als 20 Millionen Euro kosten. Hinger her ist man immer schlauer selbst in Köln und verhängt Ende 2015 einen Baustopp für den Kalkberg. Und im Sommer 2020, güne russ. Die Rettungshubschrauber sollen dauerhaft am Flughafen Köln-Bonn stationiert werden. Nu also doch Rettungshubschrauber ob einem Flughafen. Warte ne Idee. Und was ist jetzt mit dem Kalkberg? Bis heute wurden hier mehr als 30 Millionen Euro Steuergeld vergraben. Dat is ein Haufen Geld obbe dem Haufen Müll. Ich lache nicht hinter meiner Karte, ich musste nur kurz husten. Das ist den Kölnern jetzt sicherlich ein bisschen peinlich, was mit ihrem Flughafenbau da. Aber ich würde einfach ablenken in deren Interesse. Wir müssen nämlich eh mal über ein überflüssiges Ministerium reden. Und nein, ich spreche nicht von Horst Seehofers Heimatministerium. Die sind meiner Meinung nach jeden Cent unserer hart verdienten Steuergelder wert. Ich meine, wer könnte sich in Deutschland denn besser um einen zeitgemäßen Heimatbegriff kümmern, als Horsts herrlich verrückte Multikulti-Truppe, oder? Ich meine, schauen Sie sich diesen diversen Haufen doch mal an. Da ist es ja ganz egal, welche Farbe deine Krawatte hat. Brille, keine Brille, who cares? Hier ist wirklich für jeden Menschen Platz, sieht man ja. Also solange er weiß ist und einen gottesfürchtigen heterosexuellen Penis seinen eigenen nennt, aber das sieht mir doch so aus. Der Fairness halber sei jetzt natürlich erwähnt, dass die das selber irgendwann gemerkt haben und im letzten Jahr immerhin eine Frau dazu genommen wurde. Wup, wup. Aber nach einem neuen Gruppenbild mit Dame kann man natürlich lange suchen. Ich sag's nur mal. Aber wie gesagt, es geht ja jetzt ausnahmsweise nur um das zweitüberflüssigste Ministerium Deutschlands und das wohnt in Hannover, was sicher auch kein Zufall ist. Niedersachsen ist einzigartig. Gerade was seine Ministerien in Hannover betrifft. Seit der Landtagswahl vor drei Jahren gibt es hier eine neue Ministerin. Sie ist krasser Europa-Fan. Hallo, mein Name ist Birgit Ornay. Ich bin überzeugte Europäerin. Das sind wir doch alle. Und weil eine Ministerin auch ein Ministerium braucht, hat die Landesregierung einfach ein Neues geschaffen. Das Ministerium für Bundes- und Europa-Angelegenheiten und regionale Entwicklung. Kurz Europa-Ministerium. Und das hat Niedersachsen dringend gebraucht. Niedersachsen braucht dieses Ministerium überhaupt nicht. Es ist sogar überflüssig. Nach der Wahl waren SPD und CDU annähernd gleich auf. Sie waren gleich stark, bilden jetzt die Regierung und wollten auch die gleiche Anzahl von Ministerien. Und um das zu erreichen, schuf man ohne Not ein neues Ministerium. Pfff, bunter Steuerzahler. Meckert doch eh immer. Europa ist doch wichtig. Und so eine Verwaltung kann nur jemand führen, der eine positive Einstellung dazu hat. Wie die Ministerin selbst. Europa kann auch ganz viel Spaß machen. Europa ist nicht nur Bürokratie. Genau. Die Staatskanzlei erklärt uns, ein eigenständiges Ministerium verleiht der Aufgabenwahrnehmung nachweislich mehr Gewicht. Es kommt auf das Gewicht an. Oh nee, was will denn jetzt der Landesrechnungshof noch? So viel wird das alles doch nicht kosten, oder? Es entstehen tatsächlich erhebliche Mehrkosten. 4,1 Millionen nach unseren Schätzungen. Das bedeutet, allein in der Legislaturperiode von fünf Jahren wären das eben 5 mal 4 20 Millionen. Man braucht für sowas viele Stellen. Irgendjemand muss ja auch bequeme Bürostühle und Radiergummis bestellen. Es fällt auf, dass wegen der neuen Ministereinführung, Ministerinneneinführung, etwa 30 Stellen in der Verwaltung und nur 7 Stellen in den fachlichen Bereichen dieses neuen Ministeriums platziert worden sind. Immerhin. Und diese Fachleute beschäftigen sich ja mit regionaler Entwicklung und Europa. Wer sollte das denn sonst machen? Die Staatskanzlei sollte diese Aufgabe übernehmen. Sie hat es ja bislang auch getan. Die Arbeit der Ministerin unterscheidet sich nicht von ihrer früheren Tätigkeit als Staatssekretärin. Na gut, dann machen eben alle das Gleiche wie vorher auch. Aber irgendwie muss Niedersachsen doch mithalten können. Wie wohl die anderen Bundesländer ihre Europaministerien organisieren? Die anderen Bundesländer haben generell nicht ein eigenes Europaministerium, sondern nur einige wenige. Und die sind meistens in anderen Ministerien oder der Staatskanzlei verortet. Ach, Niedersachsen, du bist eben doch einzigartig. Vielen lieben Dank an Linda Luft. Unser extra 3 Klassiker heute dreht sich um eine Sache, die eigentlich jeder mag, nämlich Brücken. Seit Jahrhunderten bringen uns diese wirklich liebenswerten Bauwerke über reißende Flüsse, tiefe Schluchten oder stark befahrene Straßen. Wirklich, ich mag Brücken. Ich würde Brücken jederzeit auf Instagram folgen. Ich meine, allein im Netz unserer Bundesfernstraßen gibt es aktuell etwa 39.500 davon. Und deren Gesamtlänge beträgt über 2100 Kilometern, was laut Verkehrsministerium der Strecke von Neapel nach Flensburg entspricht. Wobei ich nicht genau weiß, warum jemand, der in Neapel wohnt, jemals freiwillig nach Flensburg fahren würde. Aber nicht mein Bier. Ich habe ja eigentlich noch sehr viel mehr heiße Fakten über Brücken für Sie. Aber die Redaktion meinte vor der Sendung noch, Sarah, lass das mal lieber mit deinen Brücken. Das finden die Zuschauer langweilig. Ich glaube das nicht. Die Leute lieben Brücken. Aber ich möchte sie auch nicht belabern. Nur so viel. Brückenfans wie Sie und ich müssen beim nächsten Film sehr, sehr stark sein. Das Bundesverkehrsministerium baut in Neuzelle in Brandenburg eine nagelneue Brücke. Sie ist fast fertig. Das Geländer ist auch schon dran. Allerdings ist es etwas zu ausufernd geraten. Und familienärlich kommt jetzt mit ihrem Auto weder rein noch raus. Schon blöd. Die rütteln hier ewig und drei Tage an der Baustelle rum. Und dann kommt jemand an und setzt da so ein Ding hin. Ist da krank, oder? Ich meine, die wussten doch ganz genau, dass wir da hoch und runter müssen. Dass das Brückengeländer die Hofeinfahrt etwas stört, haben die Herren vom Landesbetrieb Verkehr auch gemerkt. Ist da was schiefgelaufen? Ja, eine Kleinigkeit kann passieren. Sollte nicht. In dem speziellen Fall ist das Geländer länger, als es sein sollte. Einen Tick vielleicht, so zwei Meter. Aber die genaue Länge so einer Brücke zu planen, ist einfach auch schwer im Vorfeld. Aufgrund der örtlichen Situation war es gar nicht so einfach zu erkennen im Vorfeld. Erst als das Geländer montiert wurde, haben wir es wirklich gesehen, dass es in die Zufahrt reinragt. Bisschen spät vielleicht, aber es ist ja auch schwierig. Erst macht die Behörde einen Entwurf. Dann macht eine Baufirma einen Ausführungsplan. Und die Behörde muss den Ausführungsplan kontrollieren. Boah, sind aber auch viele Zahlen. Und dabei? Dabei ist das übersehen worden. Wir haben in der Ausführungsplanung, kann man nicht so sagen, dass wir es nicht gesehen haben in der Ausführungsplanung? Ja, kann man. Gut, die Baufirma hätte es auch sehen können. Die Firma hat es ja selber auch gesehen. Und die Menschen in Neuzelle sehen es auch. Jeden Tag. Planer, da musst du irgendwie schlafen haben dabei. Da wusste die rechte Hand nicht, was die linke tat. Das geht gar nicht. So was geht überhaupt nicht. Klar geht das, sieht man doch. Und wer hat nun Schuld? Wer hat Schuld, kann man in dem Fall nicht sagen. Es ist einfach ein unglückliches Zusammentreffen von verschiedenen Umständen. Wenn Umstände unglücklich zusammentreffen, kommt man mit dem Auto nicht mehr vom Hof. Aber wenn die Brücke fertig ist, wird das Gelände abgesägt. Ganz bestimmt sind ja Profis hier. Brandenburger sind super niedlich. Selbst wenn die Fehler machen. Danke für den Film an die äußerst wunderbare Martina Hausschild. Du musst mal wieder hier vorbeikommen, Martina. Hier liegt super viel Liebe für dich rum. Wir haben alles extra desinfiziert, wirklich. So, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man mal ganz in Ruhe über Brücken und Parkhäuser redet. Da soll noch mal jemand sagen, der NDR hätte den Kontakt zur jungen Zielgruppe verloren. Mich hat der NDR zumindest eine Sendung lang noch. Zum letzten Mal Maul halten und Korn trinken mit mir gibt es hier am 2. Dezember. Vermutlich werde ich weihnachtlich gekleidet kommen. Normal gekleidet, aber in der ARD ist Christian Ehring mit extra 3 ohne Kuttner, und zwar morgen im Ersten. Bleiben Sie bitte gesund. Und wenn es Ihnen möglich ist, vielleicht auch zu Hause. Ciao. Ciao.